Die Hitze steht auf mich wieder. Mit super Leichtgewicht, mit 4x3 Minuten. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Und dann kommt Peter Mine aus Riemen mit seinem Profi-Debü. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.